Alter, wie... Was ist das denn? Wie du Bekloppte, Alter. Wo ist der hin? Der hat weggeklitscht. Wo ist denn der? Wo bist denn du? Alter, was ist denn los? Oh, was ist denn das? Ich hab die Taschenlambaren, Alter. Oh, hier? Hier, beim Secret Chef, erstmal deine Knacher hier. Ja. Mensch, Beutel, get out of the way. Genau. Beutel. Schreit mich nicht so an, ich bin sensibel. Wo ist der Rucksack jetzt hin? Scheiße, verdammt. Ach, hier, ich hab ihn. Hast'n Glück. Ja. Ach, du hast, stimmt. Du hast ja meine Bodyarmor mitgebracht. Ich hab mir extra eine gekauft. Ach, scheiße. Da schmeiß ich die mal ja hin. Das schmeiß ich auch. Cool, du hast ja ordentlich was mitgebracht. Und deine Knarzen oben. Sehr schön. So, dein Rucksack, kannst du aufheben? Bist du nicht mit der Mosin unterwegs, oder was? Ist das zuhafen, oder? So, jetzt, jetzt kannst du. Hier. Hier liegt er. In der Mitte. Jetzt hab's, nein, jetzt hab's search gedrückt. Das ist voll geil. So, pass auf, ein kleiner Knarer noch. Schieß auf, ich hab die Helme weg. Komm, wir gehen mal hier an den Baum, oder? Ja. Ja. Sehr gut. Hey, du schleifst immer mit. In der Zeit werden wir abgeknallt hier. Sehr nice, Benji. So nice. Thank you very much. Warte, dann lad ich gleich nochmal voll. Ja, und dann... Auch die ist hinten, oder? Wir müssen noch hinten rum. Folgen? Ja, ich hab keine Ahnung. Ich folge euch. Ich guck'n. Ich guck'n. Ist das nicht? Alter, wie... Hahahaha, was ist das? Hahahaha, was ist das? Hahahaha, was ist das? Hahahaha, was ist das? Der ist weg? Der ist weg. Der hat weggeglitzt. Doch hier ist er hier. Echt? Oh, wo ist er jetzt? Jetzt ist er weg. Wie sieht er hier? Wer hat ihn gekillt? Freude, oder? Nee. Echt? Ich glaube nicht, also... Ich guck' ans Deck. Killed by Born to Survive. Oh. Oh. Das ist sehr, sehr nice. Ein halbes Magazin reingeknallt in den Typen. Hahahaha. Oh man. Oh, er hat eine Mose mit. Sehr schön. Oh. Das schlägt gar nicht. Das kommt von vorne, vom Bunker. Ja. Mal gucken. Wollen wir mal ein Auge riskieren? Aber weil es... Oh, du bist schon nach vorne, Benji. Ich hab' den Rümmeln. Benji aber nicht sterben. Du bist der Einzige, der weiß, wo ich jetzt hier markieren muss. Ja, ich weiß es auch. Okay. Ich bin schließlich... Naja, ich weiß nicht. Dienstältester? Wahrscheinlich nicht, aber Ranghöchster. Wie lange spielst du das Spiel jetzt schon Benji? Oh. Zwei... Zwei Jahre? Zwei Jahre? Achso, na gut. Dann bist du Dienstältester. Aber ich bin momentan Ranghöchster. Genau. Ranghöchster hatte ich schon vorhin. Also ich... Nee, Dienstältester. Bei uns. Da... Oh! Sniper-Skept! Moment. Au. Hier hat doch auch noch einer geschossen. Scheiße. Das ist mit dem Sau, ey. Muss doch sterben. Jetzt wird er tot. Nein. Aber rechts hat doch auch einer geschossen. Ja. Ja. Drum eben. Das wär... Ja. Wär vielleicht primär Ziel gewesen. So. Den Idioten wegzumachen. So. So. Weil der ist sehr wahrscheinlich geschossen, mein. Den ich jetzt totgemacht hab. Ja. Bin drüben am Felsen. Hättest du ihn mal gelassen. Bei Matze. Ich geb dir auch Sniper-Unterstützung. Achso, nee. Mit dem Scheißgewerfer, wenn ich driff. Seh nicht. Matze, ist schon wieder weg. Matze, wo bist du? Ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Ja, los. Späte da unten lang. Hm. Hier hat einer geschossen noch hier drüben. Was kann sein, dass der vielleicht am Bunker da über die Brücke rennt? Ja, lass uns zum Ressort, hm? Ja. Müssen wir wieder zum Ressort, oder was? Ja. Ja. Was ist denn los? Und wir müssen dann auch noch unten zum Dings, oder? Zum... Zum... Zur Villa. Hör ich Steps? Ne, das wart ihr. Ihr seid, ich bin im Gebüscher, oder? Ja. Gut. Ich steh neben euch. Was macht das? Hat das gehört? Ein Beutel irgendwie zuhause, oder? Ne. Nein, wir sind ganz frisch im Raid, ne? Mhm. Oh. Das kommt von hier. Von oben, von, von... Von links oben. Das kommt... Ich hab' gehockt, wo der Ton herkommt. Das war genau von oben aus dem... Das war schön. Ey, schleicht da einer? Unten am Fluss? Ist einer von uns... Unten am Fluss? Nein. Im Gebüsch? Nein. Wo? Äh, seht ihr... Seht ihr mich, wo ich bin? Wo ich hingucke? Ne. Wo bist du? Du warst grad noch rechts neben mir am Gebüsch. Ich bin vor euch im Gebüsch irgendwo. Ah, hier. Hier unten. Hier. Seht ihr mich? Ja. Und da... Vor mir hat's irgendwie im Gebüsch geklappert. Oh, da ist einer. Oh, direkt. Oh, scheiß. Die Wand an. Ich wollte... Oh, Granate. Ich hab'n grad gesehen, den Hund. Oh, nein. Siehst du mich? Nein. Wo bist du? Ich bin runter zum Felsen gerannt. Ich wollte den umzingeln. Willst du mich brüllen? Ja. Da bin ich. Siehst du mich jetzt? Scheinbar nicht. Ich geh vor. Ne, der ist tot. Wo ist'n der? Wo bist'n du? Alter, was ist denn los? Hier. So, Matze. Hier, schmeiß hin. Schmeiß hin. Das ist gute Zeug. Hier ist deine Weste drin. Ich guck. Danke. Und hier ist deine... Knarre. Sehr nice. Achso. Ne. Okay. BT-Munition ist doch deine, Alter. So. Gut. Oh, meine Waffe. Musst' halt nachladen, ne? Ja. Benji hält ja Obacht. Guck. Geil. Danke, Beude. Wo lang? Naja, Richtung Ressort. Hier unten lang, so, dass wir von unten hochkommen. Nimm, nicht da hin. Achso. Das ist doch... Wir sind... Können doch hier gerade durchlaufen. Achso. Richtung, äh, Power Plant. So. Das wär' ja... Du rennst ja praktisch erst weg, um dann wieder hinzulaufen, sozusagen. Warum? 10 Uhr später. Okay. Ich komm zur linken Hand von euch. Ah ja. Böse. Bin am Donut. Nenn ich's wahr. Ich hör' ich Steps vorn, vorn. Das ist Benji. Achso. Der ist schon in... So weit bist du schon? Ich bin im Durchgang. Ah. Ah, ich seh' dich. Okay. Halsbrecherische Aktion, Junge. Oh, da wird's schon wieder scharf geschossen. Ja, wir müssen im Prinzip bloß in der Mitte hoch, also in diesen... Ja. Eingang da. Dann steht die Erdoganzeit davor. Auf Ausdauer gleich. Ja. Ja. Gleich wird's rumsn. Hahaha. Das war verbunden. Kurz. Ja, deswegen wird's gleich rumsn. Hahaha. Drei Decke. Hahaha. Heute, Krankenwagen ist genau voraus. Ich bleib' mal hier. Decke uns den Rückweg. Ja. Siehst du den? Ja. Da einfach dein F drücken, ne? Ich geh' mal hier in die Bude rein. Alter, wenn ich F drücke, mach der die Tür auf. Nee, du sollst dann eher an die Seite gehen. Ja. Leid. 30 Sekunden. Komm mit dem Decken, geh' irgendwo hin. Ich kann nicht weg, oder? Doch. Na klar. Du darfst dann stehen bleiben. Ist egal, wo du hin bist. Geh' weg. Hm. Du darfst jetzt nur unter sterben. Ach so. Ach, ich dachte, man muss da wirklich 30 Sekunden dort bleiben. Nee, 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 nee. Okay. Erledigt. So, wo ist Matze? Ich hänge neben euch. Ihr seid am Vorbeiran. So, dann können wir jetzt zum Tunnel, oder? Genau. Da sind die drei Sekunden schon rum. Ja, ja. Gut. Tunnel ist sogar unser Ausgang. Ja. Immer um diese Jahreszeit. Ich hab Bock, da drüben das Ding zu looten. Warum? Darfst? Na klar. Wenn du... Du meinst ja die Scaff-Booter hier, oder was? Nur den blöden... Hier. Oh, Scaff. Ach so. Ich hab Bock, Scaffs zu erschießen. Darf ich? Darf ich? Einer ist tot. Oh, der Beutel. Cleart schon wieder, Junge. Ja, super. Ist jeder drinnen, Beutel? Oh, ich bin tot. Ja. Du bist ja mein Zeug auskriegen. Ja. Was? Du bist noch da? Ja. Okay. Mist, Beutel. Du warst aber doch zu schnell. Nee, da war einer auf dem Parkplatz. Auf den hab ich gezielt. Ich hab das nicht geschnallt. Das ist neben mir ein Fenster. Ach so. Ja, es war ein Fenster und da war einer drin. Ich hab das umgeniedert. Was soll ich mitnehmen? Erzähl. Auf dem Parkplatz ist noch nicht tot. Ich hab zwei auf dem Parkplatz erschossen. So, ich hab was. Ich hab Sprinten. Von wo? Von oben. Von, vom, vom, vom Ressort. Okay. Ach so. Ich auch. Scheiße. Ich dachte. Ich wusste nicht mehr wer wer war. Für euch. Scheiße. Mist. Ich hab halt durchs Gebüschnis durch gesehen. Ah, ich hab gesehen. Aber ich dachte das warst du. Und dann. Shit. Hast du also gesagt, dass du warst du? Dann wusste ich's. Okay. Der ist es. Gein guter Tag heute für mich hier. Nee, bei mir nicht. Bei uns allen nicht. Außer bei Polen. Nee, das ist Quatsch.